Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal habe ich bereits angekündigt, dass wir heute hauptsächlich den Fokus auf sammelbares legen. Genau, danke. Und ja, that's it. Damit geht es heute weiter und ich glaube, das wird auch die gesamte heutige Folge beschreiben. Das heißt, wir sammeln hier erst mal das Lagerfeuer ein. Jetzt wo es entdeckt ist, will ich hier zum Lagerfeuer und dann von hier aus das Areal aufräumen. Guck zwischendrin mal, ob hier irgendwo noch ein paar Knotenpunkte sind, die ich vielleicht mitnehmen könnte. Oder sonst irgendwas Hübsches. Da vorne ist ein verdorbener Wächter. Aber den werde ich... Wecksnipen. Sind hier noch mehr? Nö. Zünder, Maschinenausbauküste, Wächterherz. Wächterherz ist gut. Gibt es hier noch irgendwo welche? Nö. Kann ich hier drunter durch? Nein. Nö. Schade. Alle können auch sonst überall drüber und drunter klettern. Warum hier wieder nicht? Ist doch voll doof. Spiel ist praktisch und unspielbar. Reinholz brauche ich nicht. So, das Lagerfeuer hier soll halt mein Rücksetzpunkt sein, wenn ich mich auf den Weg in Richtung Story wieder mache. Hier zum Kajar Grenzvor. Ich glaube, das Lagerfeuer hier ist da somit das Praktischste. Ich schleiche ihn mal hier an den Maschinen vorbei. Zwei Feuerbrücken. Jo, da habe ich gerade richtig Bock drauf. Ja, genau. Du bist so ein Breithorn, genau. Ne, Doppelhorn, so hell die Dinger. Du bemerkst mich nicht, du bemerkst mich nicht. Also, wenn ich die angreife, dann werde ich sehr viel verlieren. Oh Gott, der kommt nahe. Ja, gut. Ich dachte, ich erlege ihn vielleicht damit. Hatte ich ganz wenig gehauen? Äh, ja. Lol, what the fuck? So, du stirbst so, weil du mir gerade richtig auf die Eier gegangen bist. Ah, falsche Taste. Dumme Sau. Kann ich eigentlich deren Tank anzünden? Ich weiß nicht, wenn die anfangen zu brennen, dass der Tank dann explodiert oder so. Stell dich nicht in den Weg, du Arschloch. Ne, ups da da. Schade, der Tank explodiert nicht. Genau, als ob der mich da trifft. Aber zum Glück habe ich gelernt, wie man gegen die Dinger kämpft. So, zack. Und das Schöne ist, nicht nur ich werde in Horizon von diversen Objekten geblockt, sondern die Gegner können auch geblockt werden und blocken sich gerade hübsch gegenseitig. So, ich renne mal zu deinem Kollegen hier rüber, weil ich gerne seine Bauteile hätte. Oh, der wird wehtun. Komm schon. Ach, ich treffe den scheiß Tank nicht. Das nehme ich mit. Zwischen nur noch mal ein bisschen Heilung einsammeln. Oh, yo, pre-Aim oder was? Meins? Ach, komm ey, du dumme Drecksau. Ess. Ach, komm ey, du HER. Erledigt. Also diese Feuerbrüllrücken sind mir halt echt hart unsympathisch, ne? Wer will mir da oben schon auf die Nerven gehen? Wer bist du? Wer will mir auf den Sack gehen, hä? Dich mache ich auch noch lang. Wahrscheinlich hier so ein Doppelhorn, oder? Ne, ein Wächter. Komm, dich ruhig mir auch noch. So, erledigt. So, dann will ich hier zum Metallblumen. Na, ist noch ein Wächter, aber auf den habe ich jetzt keinen Bock. Ne, da will ich lieber erstmal die Metallblumen hier. Und die Heilung. Ja, das glaube ich auch. So, einmal hier die gesamte Heilung abgrasen. Okay, Metallblume liegt in diese Richtung. Und da ist die Metallblume. Modell 1E. Okay, ist ein Sommergras. Alles klar. Okay, als nächstes hier das Lagerfeuer. Dort kann ich dann auch mal schnell speichern. Ich wollte gerade 11.5 drücken zum Schnellspeichern. Truthank noch. Brauche ich bestimmt noch. Ist da ein Container, oder ist da ein totes Viech? Auf jeden Fall sind da rechts Wächter. Ich mache es heute übrigens wieder so, dass ich... Wälder, Wurzeln und Stämme. Shit. Ach komm, weißt du, ich habe extra diesen Skill, damit ich nicht mehr so viele Füchse töten muss. Jetzt kriege ich aus dem Fuchs nicht mal was. Kriege ich von der Wildsau davon was. Ne, wahrscheinlich nicht. Ist sowieso zu weit weg. Okay, jetzt haben wir das Lagerfeuer. Ich will zu der Tasse. Ich mache es heute übrigens wieder so, dass ich... eine Folge Horizon aufnehme. Und dann wieder Minecraft Thumbnails mache zwischendrin. Dann wieder eine Folge Horizon. Wieder Thumbnails. Und irgendwann gehe ich was essen, weil ich habe gerade schon brutal Hunger. Und es ist erst 3 Viertel 11. Eventuell gehe ich nach der Folge schon essen. Fuchshaut. Ja, danke. So kann ich was herstellen. Dafür brauche ich Fuchshaut. Dafür brauche ich Fuchshaut. Dafür brauche ich Fuchshaut. Ach komm ey. Inventar. Rohstoffe. Schatzkisten. Draht. Die Tasse habe ich jetzt noch nicht aufgesammelt. Die muss ich jetzt erstmal suchen. Oh. Ist er der Einzige hier? Ne, es sind zwei. Plünderer. Warte mal. Plünderer. Piss und Langweine. Verdammt. Und Feuerbröde rücken. Lol, au Ah, Bauteil entfernt. So, nach Möglichkeit aus dieser dummen Seuche hier raushalten. Au, au. Ja, in die Fresse, du Arschloch. Und du bist tot. Warum brenne ich dich nicht eigentlich an? So. Ich entwickle gerade so ein bisschen Hass gegen diese Maschinen, ne? Wo liegt der Dritte? Da. So. Ich muss ein bisschen nach rechts. Da vor mir ist was. Ah, das ist aber glaube ich nur das Teil, was ich weggeschossen habe, oder? Ja, Züge. Okay. Ich versuche gerade diesen Müllhaufen, diesen Schutthaufen zu orten. Weil diese Tassen liegen ja immer in diesen Schutthaufen drin. Bald muss ich keine Füchse mehr jagen. Bald muss ich keine Füchse mehr jagen. Ich glaube nur noch dieser eine Beutel und dann muss ich keine mehr jagen. Da. Bitte lass es der... Ja, es ist der richtige Schutthaufen. Altes Gefäß. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten lieb und teuer war. Zeigt eine bedrohliche Figur mit roten Augen. Ist das ein Transformer? Okay, und hier ist ein Lagerfeuer, zu dem ich hin kann. Von dem aus, ich in Richtung Quest kann. Was bist du denn? Auf jeden Fall ist hier ein Panorama. Wait. Wie bei mir ist auch ein Lagerfeuer. Ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil da hoch werde ich sowieso irgendwann gehen. Halt schnell speichern am besten. So, und jetzt will ich diese Folge noch dieses Panorama dort entdecken. Und dann war es auch schon wieder für heute. Ich glaube, ich werde dann wirklich erstmal noch ein... Sägezahlen, Körper, Schwäche, Feuer. Hinter mir ist noch einer. Also letztendlich heißt es nur ausweichen gerade. So, knack. Das nehme ich doch mit. Das nehme ich doch mit. Und erledigt. Es ist schön, dass diese Jäger-Maschinen so feueranfällig sind. Ich liebe meine Feuerpfeile. Die sind halt so gut. Verdammene Zone entdeckt. Ach nee. Ich muss da hoch fürs Panorama. Das war's mit der heutigen Folge. Ich geh schnell zum Lagerfeuer zurück, speichern nochmal und hab mir dann was zu essen. Komm, ich hol mir jetzt das Lagerfeuer hier oben. Das wollte ich doch sowieso noch entdecken. Wie weit ist denn das weg? Ja, ist nicht allzu weit weg. Geh schnell hin. Nope, 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 nope. Was ist denn hier los, sage mal? Das brauche ich später. Ich renne von einem Big Nope ins andere Big Nope rein. Was ist das denn? So. Gut, und damit bedanke ich mich mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Und dann ist das. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020